Inspektion, Inspektion. Viele sprechen immer von Inspektion, meinen aber in Wirklichkeit die Wartung und in diesem Video sprechen wir nur über die Wartung und worüber genau erfährst du nach dem offiziellen Zweirad-Hobendwaren-Einspieler. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin! Ja, es ist mega stürmisch da draußen, also wir haben heute wirklich richtig richtig krasse steife Brise und immer Gegenwind und das ist eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt dein Fahrrad in die Werkstatt zu bringen zur alljährlichen Wartung. Und uns hat da in einem der letzten Videos einen Kommentar erreicht, wo ich dann zu Dieter gegangen bin und habe gesagt Mensch, das ist wirklich eine gute Idee und das machen wir so. Darum möchte ich jetzt, dass Dieter einmal diesen Kommentar vorliest. Thomas 3767 hat geschrieben und zwar zu dem Supernova Bremslicht TL3 Pro Video unter anderem, ich fasse das mal eben zusammen, könnt ihr nicht mal ein Video machen, bei dem gezeigt wird, was bei so einem Jahrescheck gemacht wird. Motordaten auslesen, Updates aufspielen, Schrauben nachziehen, Verschleißteile austauschen etc. Ich werde in den nächsten Tagen wieder einen jährlichen Radcheck machen lassen. Viele Grüße aus Emstetten, Thomas. Ja, Thomas, Grüße zurück. Du bist der Grund für dieses Video. Das hast du ja schön eingefädelt hier. Genau, Thomas. Vielen Dank dafür. Und Radcheck, wie gesagt, bei uns ist es die Wartung und darüber sprechen wir. Machen wir das genauso, wie Thomas gesagt hat. Das siehst du in diesem Video. Als allererstes kann ich mal so ein bisschen zusammenfassen, worauf solltest du überhaupt achten, bevor du dein Fahrrad in die Wartung bringst. Das ist so ein Ding. Ich sage alles klar, das sollte gemacht werden. Eins noch vorweg. Wir sind eine zertifizierte VSF Allride Werkstatt. Sind wir jetzt seit dem letzten Jahr und da gibt es gewisse Standards, die ich auch persönlich sehr, sehr gut finde. Und ich kann mir vorstellen, dass du die auch gut findest. Der erste Punkt ist zum Beispiel immer bei einer Reparatur oder bei einem Werkstattauftrag die Reparaturannahme oder Wartungsannahme in diesem Fall. Und dort werden mehrere Punkte gecheckt. Bei dieser Reparaturannahme, da haben wir natürlich auch eine Checkliste. Die haben die meisten Reparaturannahmechaniker oder Mechanikerinnen auch im Kopf und gehen diese Punkte durch. Insgesamt sind das 45 Punkte mit dem Ziel, dass du nachher weißt, in welchem Zustand ist mein Fahrrad, wie groß ist überhaupt der Aufwand, der an meinem Fahrrad gemacht werden muss. Und du erst mal, also wenn du nicht auf die Wartung wartest, weißt, alles klar, wann kann ich mein Fahrrad abholen? Wann ist es fertig? Weil es kann ja auch mal sein, dass zum Beispiel bei der Reparaturannahme festgestellt wird, der Antriebsstrang ist verschlissen oder die Bremsbeläge müssen erneuert werden. Das sind Sachen, die werden alle überprüft, noch viel, viel mehr. Also es beinhaltet alles diese 45 Punkte. Aber du weißt, wenn wir die Reparaturannahme abgeschlossen haben, alles klar, meine Bremsbeläge müssen tatsächlich mal erneuert werden. Vielleicht auch die Scheiben oder der Antriebsstrang oder mein Steuerlager hat Spiel, muss eingestellt werden. Das ist für dich einmal eine gute Orientierung, damit du auch weißt, was kommt da nachher an Kosten auf dich zu. Das ist die eine Sache. Und wir wissen, welche Teile müssen wir überhaupt bestellen. Wir müssen gucken, haben wir alle diese Teile da? Müssen wir überhaupt was bestellen? Und so weißt du dann im Nachhinein auch alles klar. Wenn die sagen, morgen ist das Fahrrad fertig, dann ist es morgen fertig. Und wenn du ganz viel Glück hast, sagen wir sogar, alles klar, ist heute Abend fertig, kannst du dann und dann abholen. Das ist das Ziel von der Reparaturannahme. Und im nächsten Schritt wird das Fahrrad dann in die Werkstatt gebracht und dann kommt der Mechaniker und nimmt sich diese Sache an. Und auch der Mechaniker arbeitet in dem Fall wieder mit einer Checkliste. Und die Checkliste hat dann tatsächlich über 100 Punkte, die wir an deinem Fahrrad dann überprüfen, durchchecken, gegebenenfalls auch einstellen oder auch austauschen, je nachdem wie der Zustand von den jeweiligen Bauteilen ist. Wahrscheinlich fragst du dich, okay, über 100 Punkte. Will er jetzt alle 100 Punkte mir hier erklären im Video? Das nehme ich schon mal vorweg. Das mache ich nicht. Aber wir werden dir den ein oder anderen Punkt schon zeigen. Und wenn ich jetzt hier mal so drauf gucke, also übergeordnet haben wir verschiedene Baugruppen. Und es fängt zum Beispiel alles an mit dem Rahmen. Der Rahmen wird einmal überprüft, wird geguckt, in welchem Zustand ist er überhaupt. Die Gabel wird geprüft. Funktioniert sie richtig? Und natürlich auch das Steuerlager. Das sind so drei Sachen, die da schon mal gemacht werden. Dann wird natürlich noch die Lenkereinheit geprüft. Man könnte auch sagen, das Cockpit. In welchem Zustand ist der Lenker? Sind die Griffe fest? Und so weiter. Gegebenenfalls werden die Griffe auch wieder befestigt oder ausgerichtet. All diese Dinge werden dort geprüft. Dann kann man weitergehen zum Sattel. Das ist auch eigentlich eine recht einfache Geschichte. Sodass man wirklich sagt, alles klar. Sitzt das alles fest? Sitzt das richtig? Und sitzt es so, dass du gut drauf fahren kannst? Das wird auch übrigens in der Reparaturannahme meistens besprochen. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter in Richtung Bereifung. Bereifung muss natürlich geprüft werden. Muss man sich mal angucken. Wie sieht die überhaupt aus? Ist das Profil vorhanden? Gibt es vielleicht an irgendeiner Stelle einen kleinen Bremsplatten? Soll es ja geben. Also wenn wir jetzt mal bei meinem Fahrrad suchen. Da können wir auch mal kurz gucken. So und natürlich wird dein Reifen auch in der Reparaturannahme einmal geprüft. Wie sieht er überhaupt aus? Ist eine gewisse Rissbildung? Ist da was? Oder wie ist der Zustand vom Profil? In der Wartung selbst wird natürlich noch mal explizit geguckt. Auch der Luftdruck korrigiert und so weiter. Und jetzt hier bei meinem Fahrrad siehst du tatsächlich alles klar. Der ist hier schon teilweise ganz schön runter gebremst. Das ist natürlich auch ein Punkt, den kannst du zu Hause auch bevor du zur Wartung kommst. Einfach mal selbst prüfen und gucken. Mensch, wie sieht mein Reifen überhaupt aus? Und wenn du dann sagst, alles klar. Der muss eh neu. Kannst du das gleich demjenigen in der Reparaturannahme mitteilen. So ein nächster Punkt wäre dann nochmal. Also Bereifung ist ein Punkt. Aber auch Laufräder. Wie sieht es aus mit den Speichen? Und da ist es natürlich auch so, dass die Speichenspannung immer wieder korrigiert werden muss. Aber das heißt immer wieder. Sie muss auf jeden Fall überprüft werden. Das ist eine Sache. Und dann muss sie gegebenenfalls korrigiert werden. Vielleicht ist es auch so, dass du letztes Jahr mit deinem Fahrrad unterwegs warst und du hast es noch gar nicht gemerkt. Du warst einen kleinen Seitenschlag. Und wunderst dich, wieso fährt mein Fahrrad immer mal? So ein bisschen unruhig. Gerade wenn ich schneller fahre oder wenn ich auf einer extrem glatten Straße unterwegs bin, dann merkst du das vielleicht und sagst dir, auch irgendwas ist da. Ich weiß aber nicht, woher es kommt. Das sind dann auch Sachen, die in der Wartung festgestellt werden, die dann aber auch innerhalb der Wartung mit beseitigt werden. Auch bei der Reparaturannahme haben wir die Bremsen geprüft und innerhalb der Wartung gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Wie ist es überhaupt? Wie ist der Druckpunkt von der Bremse? Muss die Bremse gegebenenfalls entlüftet werden oder müssen sogar die Bremsbeläge ausgetauscht werden? Also es wird noch mal nachgemessen und es wird auch protokolliert, sodass du genau weißt, nach der Wartung in welchem Zustand ist mein Fahrrad überhaupt. Alles klar, ich kann jetzt noch eine Saison gut fahren, aber dann sollte ich meine Bremsen erneuern. Zum Beispiel. Das ist auch mein Tipp an dich, wenn du mal in eine andere Werkstatt gehst, falls du noch nicht bei uns warst oder noch nie bei uns warst oder nicht zu uns kommen kannst, weil es einfach zu weit weg ist. Wobei, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber es gibt ganz viele VSF AllWrite Werkstätten, immer mehr. Kannst du mal beim VSF auf der Seite gucken. Da findest du alle zertifizierten Werkstätten. Aber falls du bis jetzt immer in einer anderen warst und kein Service Protokoll bekommen hast, frag mal nach dem Service Protokoll. Weil daran siehst du dann auch, also das ist erstmal für deine Dokumente, finde ich es extrem wichtig. Also beim Auto pflegst du dein Checkheft, weil es ist werterhaltend für das Auto. Warum soll es beim Fahrrad jetzt unbedingt anders sein? So und ich habe hier gerade so ein Service Protokoll in der Hand. Das kann ich dir jetzt nicht zeigen. Einfach so, weil das geht natürlich nicht. Aber wenn du zur Wartung kommst, bekommst du exakt so eins auch mit nach Hause, sodass du genau weißt, in welchem Zustand dein Fahrrad ist. Weil ich habe hier jetzt nur noch einen Punkt auf dieser ersten Seite vom Wartungsprotokoll. Und hier in der letzten Spalte zum Beispiel, da sind auch jede Menge Newtonmeter Angaben. Das heißt, dass du nachher auch genau nachvollziehen kannst, alles klar mit welchem Drehmoment wurde mein Lenker überhaupt festgezogen oder meine Sattelstütze oder meine Kurbelarmschrauben. Das kannst du alles nachvollziehen. Ich persönlich finde das sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass du das auch sehr gut findest. Genau, dann würde der Antriebsstrang kommen. Habe ich gerade gesagt, die Lichtanlage muss geprüft werden. Auch hier gibt es eine Einstellungsarbeit. Haben wir schon mal ein Video darüber gemacht. Wie ist dein Scheinwerfer überhaupt ausgerichtet? Auch das wird überprüft. Auch so andere Sachen, so wie Sonderausstattung. Hast du irgendwelche Packtaschenhalter, so wie hier. In meinem Fall habe ich hier in Ortlieb QL3 System am Gepäckträger gebaut. Da sollte man auch immer gucken, sitzt es wirklich noch fest? Ist es richtig eingestellt? In welchem Zustand ist der Gepäckträger? All diese Dinge werden überprüft, weil das kennst du, Gepäckträger verliert immer gerne mal Lack. Und wer ganz viel Fahrrad fährt, da scheuert auch irgendwann mal so ein Rohr vom Gepäckträger durch. Da kann man jetzt schreiben, ja, was ist das denn für eine Qualität? Ist mir noch nie passiert. Dann fährst du zu wenig. Wer wirklich viel fährt, da kann das tatsächlich passieren. Also das ist ganz normal. Dann gibt es noch so einen Bonuspunkt auf diesem Protokoll. Da geht es dann, falls das Fahrrad vollgefedert ist. Also bei den Fullies haben wir natürlich noch eine Hinterradfederung und so weiter. Was auch alles überprüft wird. Sämtliche Schrauben, der Luftdruck vom Luftdämpfer wird eingestellt und so weiter. Dichtigkeit überprüft. Ja, alles was du dir vorstellen kannst, sodass du wirklich nach so einer Wartung wieder mit einem ganz ruhigen Gewissen auf deinem Fahrrad steigen kannst und weiterfahren kannst. Und jetzt bin ich auch schon auf der dritten Seite vom Wartungsprotokoll. Und das ist eine Zusatzseite, weil nicht jedes Fahrrad ist ein E-Bike oder ein Pedelec. Und die dritte Seite, da geht es wirklich nur um die E-Bike Komponenten und man könnte jetzt sagen, alles klar, eine Funktionsprüfung. Sollte natürlich in der Reparaturannahme schon geklärt sein. Funktioniert das System überhaupt? Aber da gibt es natürlich noch weitere Punkte, die geprüft werden müssen. Gehen alle Knöpfe? Wie ist das? Funktioniert das, wenn ich den Akku entnehmen möchte? Zum Beispiel ist das Akkuschloss in Ordnung? All diese Dinge müssen ja überprüft werden und auch da muss auch geguckt werden. Ist es noch korrekt eingestellt, sodass es nicht nur jetzt funktioniert, sondern auch langfristig wirklich gut funktioniert? Das ist ein Punkt. Dann wird die Software überprüft. Auch da kennt man, wenn man ein Bosch Fahrrad hat, dann weiß man, alles klar, zu jeder Wartung kriege ich auch ein neues Software Update. Und ein Punkt, mein Lieblingspunkt, Drive Unit. Was ist die Drive Unit? Motor. Ich sage mal so, sprechen wir mal kurz über den Motor. Motor ist ja mittlerweile, das ist ja schon eine sehr kompakte Einheit. Wir haben dort das Tretlager drin, wir haben die Aufnahme vom Kettenblatt, die Kurbelarme, klar, ganz logisch, sind mit befestigt. Und in Wirklichkeit ist es kein Tretlager mehr. Es ist eine Motoreinheit und die ist meistens verkleidet. Und auch hier wird wirklich hinter die Verkleidung geschaut. Da ist eine Steckerkulisse. Sitzt jeder Stecker richtig? Ist es im guten Pflegezustand? Wie sauber ist es wirklich? Weil da kommst du als normaler Fahrradfahrer normalerweise nicht hin zum Putzen und es sammelt sich auch immer mal Dreck. Und es ist nie verkehrt, diesen Dreck auch zu entfernen. Und genauso sind dort auch Schraubverbindungen. Und wenn wir uns das mal vorstellen, auch wenn es ein Pedelec ist und wir fahren mal wirklich so im Wegetritt kräftig an, das ganze Fahrrad wird richtig gut belastet, die Schrauben werden belastet. Und auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Schrauben dann auch dementsprechend überprüft werden und mit dem richtigen Anzugsdrehmoment wieder befestigt werden. Das Thema Akku ist auch ganz wichtig. Akku ist ein sensibles Bauteil. Sollte man sich immer mal genau angucken, sind irgendwelche Beschädigungen von außen ersichtlich? Ist immer so eine Sache, wie extrem ist das wirklich? Was ist da passiert? Weiß keiner vorher. Auch auf dem Diagnosebericht sieht man so einen ungefähren Zustand vom Akku. Also welchen Zustand haben die Zellen, die im Akku verbaut sind? Bei Bosch steht da meistens immer, wenn er in Ordnung ist, okay. Und dann ist es auch okay. Aber genauso sollte man auch gucken, wie sieht die Steckerkulisse aus? Und ja, wie sieht das Akkugehäuse aus? Ist es mal runtergefallen? Wie extrem ist es wirklich? Sodass das auch gegebenenfalls, wenn es wirklich so ist, dass man es austauscht, sodass du wirklich sicher unterwegs bist. Ja, und was natürlich nicht fehlen darf, wo sich jeder Mechaniker freut, das ist die Probefahrt. Die Probefahrt ist natürlich auch ein Thema, wo auch nochmal sämtliche Bauteile überprüft werden. Gibt es irgendwelche Geräusche, die auftreten? Oder, oder, oder. Ja, wirklich so, dass du einfach nach der Wartung ganz in Ruhe Fahrrad fahren kannst. Das ist unser Ziel dabei. Das ist die Qualitätskontrolle für dich. Das ist zur Werterhaltung für dein Fahrrad. Und da siehst du auch, was so eine Wartung wert ist. Das ist ein Punkt, den ich dir sehr, sehr gerne nochmal mit ans Herz legen möchte, den du vielleicht zu Hause auch selber machen kannst. Aber die Wartung beinhaltet diesen Punkt auch. Trotzdem macht es aber Sinn, das auch mal zwischendurch zu machen. Also pfleg dein Fahrrad trotzdem, auch wenn du jedes Mal zur Wartung kommst. Ganz wichtig an dieser Stelle, dass du sagst, ich gehe zu oben dran und ein ganzes Jahr über, ich putze das nicht, ich fahre einfach nur. Musst du nicht so machen, wie ich das mache. Aber zum Thema Gabel. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, wenn eine Luftkammer drin ist, dann gucken wir natürlich auch, ist die Gabel dicht? Funktioniert sie? Wie ist es überhaupt? Wie ist der gesamte Zustand dieser Gabel? Das prüfen wir. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass wir die Standrohre reinigen. Und genau den solltest du auch zu Hause regelmäßig selbst machen. Das ist ganz wichtig, weil bei jeder Federgabel sind Simmerringe verbaut. Simmerringe sind aus einer Art Kunststoff bzw. Gummi und die dichten die Gabel ab. Und sind auch gleichzeitig, man könnte auch sagen, Abstreifringe für Dreck. Und je mehr Dreck sich hier drauf sammelt, das ist für den Simmerring schon eine extreme Belastung. Was man wirklich sagt, alles klar, der Dreck schiebt immer wieder über die Standrohre von der Gabel, das schleift da drauf usw. Und darum ist es extrem wichtig, dass du die Gabel sauber machst, also die Standrohre oder Tauchrohre regelmäßig sauber machst und dafür auch wirklich nur Federgabelreiniger verwendest. Es gibt dafür spezielles Mittel, können wir auch hier mal zeigen und findest du auch bei uns im Webshop. Kannst du also auch bei uns bestellen und das ist ganz wichtig, dass du dieses Mittel benutzt, weil diese Gummiringe oder Simmerringe, wie du sie auch nennen möchtest, sollten geschmeidig bleiben. Die sollten immer gut funktionieren und das gewährleistet das Ganze dann. Und ja, so hast du dann auch langfristig viel Spaß mit deiner Federgabel. Jetzt ist dein Fahrrad wieder im absoluten einwandfreien Zustand und falls du dich jetzt fragst, Mensch, alles klar, wo finde ich denn diese Werkstatt, kann ich ja auch mal kurz sagen, wir sind ein Fahrradgeschäft. In Jaderberg 26349 ist die Postleitzahl am Esch 2, da findest du uns und genauso ist es auch, alles klar, wenn du sagst, alles klar, ich möchte auch in diese Werkstatt, ich möchte auch mal hin und vielleicht sagst du ja auch mein Fahrrad, ja, eine Wartung macht da gar keinen Sinn, ich will gleich ein neues haben. Dann bist du bei uns auch genau richtig, wir machen auch eine Fahrradberatung, verkaufen auch Fahrräder und dazu gehört immer das 3D 360 Grad Bodyscanning, das heißt wir messen dich einmal aus vorher, wir gehen gemeinsam ein paar Fragen durch, sodass wir gemeinsam für dich ein Fahrrad finden, das wirklich perfekt zu dir passt, auf dem du Fahrspaß genießen kannst und einfach deine Ruhe hast. Das war das mit einem kurzen Werbeblock und ich finde es jetzt ganz, ganz wichtig, dass du dieses Video teilst, weil ich spreche nicht nur für Zweirad-Hobendorn, sondern auch für alle anderen VSF All-Wide-Werkstätten. Guck da einfach mal, ob du vielleicht sogar eine VSF All-Wide-Werkstatt bei dir in der Nähe hast, das ist natürlich auch super, geh zur All-Wide-Werkstatt, lass dir immer das Service-Protokoll geben, ganz, ganz wichtig, falls du es mal nicht bekommst, sprich auf jeden Fall die Werkstatt darauf an, wo ist es denn und ja, so kannst du dann ganz in Ruhe Fahrrad fahren. Also, wie gesagt, teile dieses Video, ganz wichtig und lass einen Daumen hoch da und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, weil wir machen noch viel mehr, wir zeigen auch mal Umbauten, wir machen Radvorstellungen, wir zeigen aber auch mal unsere tolle Region, also wenn es nicht ganz so stürmisch ist, also heute ist nicht mal E-Bike-Wetter, dann ja, abonnier den Kanal und dann sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos. Bis dann!